Hey Leute, heute mit dem Thema die Schuldfrage bei der Trennung. Und zwar höre ich so ziemlich bei jedem, der getrennt wurde, zu verschiedenen Zeitpunkten immer wieder, wie schuldig er sich doch fühlt und dass es seine Schuld war, er sich das aber möglicherweise alles nicht erklären kann. Teilweise ohne das Wissen, weshalb er sich die Schuld gibt und es ist nur so ein Gefühl, dann wieder ganz klar die winzig-kleinsten Gründe bis hin zu offensichtlichen Fehltritten. Alle haben gemeinsam, dass sie sich im Nachhinein unglaublich fertig machen und dadurch in die Illusion der Aktion getrieben werden, um wieder was gut zu machen. Und dazu kann ich euch sagen, das mag teilweise stimmen, was ihr fühlt, doch der Zeitpunkt für Wiedergutmachung ist rum. In dem Moment, in dem die Trennung ausgesprochen wurde und möglicherweise sogar schon lange davor, als die Gedanken um eine Trennung in eurer Ex aufkamen, da hattet ihr schon keine Chance mehr darauf und euer Verhalten ändert sich auch nicht von einem auf den anderen Tag. Also alles, was ihr tun wollt, wollt ihr nur, um sie wieder zurückzubekommen und dann gewöhnt ihr euch wieder an euren Alltag. Es ist also keine Option zu denken, dass ihr sie durch solche Dinge langfristig zu einer erneuten Beziehung überreden könnt. Jetzt ist das aber nicht die Aussage, die ich in dem Video treffen will. Das sollte euch nur von Anfang an klar machen, dass ihr euch schuldig fühlen könnt, wie ihr wollt. Es bringt euch nichts aktiv bei ihr. Verabschiedet euch von dem Gedanken, ihr klar machen zu können, dass ihr euren in Anführungsstrichen Fehler eingesehen und behoben habt. Das ist schon lange nicht mehr wichtig. Davor hat sie eine ihrer vielen Hürden aufgebaut und es ist ihr gerade nichts mehr wert. Worauf ich hier aber raus will, ist, dass es eine typische Trauerphase ist. Diese ist quasi gleichzusetzen mit der Phase der Wut. Die beiden spürt ihr möglicherweise sogar parallel zueinander und wisst dadurch gar nicht mehr, wo euch der Kopf steht. Mal verflucht ihr sie dafür, was sie euch angetan hat, dann wieder seht ihr die ganze Schuld, die ihr selbst daran hattet und wünscht sie euch nur noch zurück. Zwei komplett gegenteilige Gefühle, die immer wieder auf denselben Nenner zurückführen. Den Wert, den sie für euch hat und den ihr zurückbekommen wollt. Mit der Wut beschäftige ich mich ein anderes Mal. Hier soll es um die Schuld gehen, die ihr an der Trennung tragt bzw. vermutlich auch nicht. Stellen wir uns eure Beziehung vor. Welche Schuld könnt ihr mit dem Wissen, das ich vermittle, wirklich gehabt haben? Das Offensichtlichste zuerst. Ihr könnt ihr Vertrauen enttäuscht haben, sie betrogen, belogen oder manipuliert haben. Die grobe Scheiße, von der ich ab und an spreche und die für gewöhnlich ziemlich abrupte und unüberlegte Trennung von ihrer Seite aus zur Folge haben. Da ist es noch am offensichtlichsten, was ihr getan habt und niemand muss euch im Nachhinein analysieren, was ihr Problem mit euch gewesen ist. Da habt ihr recht, dass ihr die Schuld tragt. Aber denkt mal andersrum. Was hat letzten Endes dazu geführt, dass ihr so gehandelt habt? Habt ihr sie noch geliebt? Euch in eine Ecke gedrängt gefühlt? Oder war es möglicherweise so, weil ihr es gewohnt wart, so zu handeln? Was ich euch rate, geht in keine solche Beziehung zurück, wenn ihr euch einredet, sie zu lieben. Nicht so, wie ihr seid und nicht so, wie sie ist. Geht zuallererst eure eigenen Probleme an, denn die werden euch auch mit jeder anderen im Weg stehen. Entweder das oder ihr habt sie nicht so geliebt, wie euch das im Nachhinein so vorkommt. Dachtet ihr vielleicht davor mehrmals darüber nach, euch zu trennen? Das kann vorkommen und der Grund, dass es euch jetzt so geht, ist einzig und allein, dass ihr Wert einen Schub für euch bekommen hat, weil sie in der Lage war, Schluss zu machen und ihr das nicht wart. Wer hat aber Schuld daran, dass die Liebe vergeht oder abnimmt? Das tut sie normalerweise nicht nur in einer Person, sondern in beiden. Beim einen schneller, beim anderen langsamer und der, der zuerst an den Punkt kommt, an dem er zu wenig fühlt, um weitermachen zu können, ist derjenige, der Schluss macht. Ich könnte sagen, dass niemand daran Schuld hat, aber wir wissen, wie Anziehung funktioniert. Und diese läuft eben beidseitig ab. Macht ihr zu viel, was eurem Partner immer wieder, möglicherweise auch unterbewusst, gegen den Strich geht, verringert sie sich. Verringert sie sich zu sehr, verschwinden nach und nach das Verlangen und die Gefühle füreinander. Dieser Punkt ist meistens lange vor der Trennung erreicht und man muss sich noch zur Trennung selbst durchringen. Aber die Schuld an dieser Abwärtsspirale, die habt ihr durch Unwissenheit. Dadurch, dass ihr unattraktiv gehandelt habt und auch eure Ex wird das als Reaktion darauf getan haben. Wenn ihr jetzt aber zurückschaut, dann hattet ihr dieses Wissen damals noch nicht oder habt es nicht als wichtig genug eingeschätzt, um danach zu handeln. Jeder eurer Schritte war von eurer Intuition, eurem Bindungstyp und eurer Erfahrung gesteuert. Und diese waren nicht ausreichend, um die Anziehung hoch genug zu halten. Was bringt es also, sich im Nachhinein die Schuld zu geben? Man war noch nicht so weit und dieses im Nachhinein ist man immer schlauer oder ach, hätte ich mal damals so oder so gehandelt. Das bringt einen nicht weiter. Auch die Entschuldigung an die Ex müsste sofort kommen und nicht erst ewig später, denn man geht ihr irgendwann damit auf den Wecker. Nur kann man es nicht wirklich so greifen und möchte eigentlich auch keine Aussprache, die einem nur noch mal mehr wehtun wird. Ihr und eure Ex habt euch auf eine Beziehung geeinigt und es zusammen versucht. Ihr habt euch voll aufeinander eingelassen und verlassen. Wenn die Beziehung lange genug ging, habt ihr eine gemeinsame Zukunft geplant, aber jeder von euch hatte zu jeder Zeit das Recht, diese zu beenden. Das war euch von Anfang an klar. Hätte es zumindest sein müssen. Vor der Trennung hat für eure Ex irgendwas nicht mehr gestimmt und sie hat sich nicht mehr so wohl gefühlt wie am Anfang der Beziehung. Das ist ihre Schuld wie eure, denn sie hat euch genauso genommen, wie ihr wart. Man braucht kein Fifty-Fifty-Ding aus der Schuldfrage zu machen, aber wenn wir uns diese Fakten anschauen, es ist nie zu 100% nur einer daran schuld. Und selbst wenn es so wäre, was es nicht ist, würde euch diese Erkenntnis nicht weiterbringen, da hinter ihrer Trennung mehr als nur ein Grund steckt, den ihr besser machen könnt. Natürlich gibt es Dinge, die eine Entschuldigung besser machen kann, da sie Verständnis zeigt, aber nach der Trennung von eurer Position heraus ist sie nichts wert. Das kann man machen, wenn sie wieder Interesse an einem zeigt, um dem Ganzen einen zusätzlichen Schub zu geben, aber auch hier muss man aufpassen. Spricht sie es von alleine an, hat man freie Bahn dafür. Schreibt sie nur, um mal zu schauen, ob ihr immer noch so drauf seid. Drängt ihr ihre Denkweise direkt wieder in die Richtung Beziehung und schubst sie damit von euch. Was ihr mit der Schuld anfangen könnt, ist euch darüber bewusst zu werden, wo euer Anteil lag und diesen vollkommen unabhängig von eurer Ex zu bearbeiten. Ihr braucht dafür keine Bühne, um zu zeigen, welchen Fortschritt ihr macht. Ihr müsst die Bestätigung aus eurem Fortschritt ohnehin aus euch selbst ziehen, da ihr keine Bestätigung von ihr oder anderen zu erwarten habt. Macht, was für euch Sinn ergibt und arbeitet an euch, wo es nötig ist. Ihr müsst euch erstmal wieder zusammensetzen, denn diese Trauerphase nimmt euch jeglichen Überblick und lässt nur den Gedanken an sie zu. Ihr könnt sie nicht überspringen, aber ihr könnt das Negative, das dabei normalerweise rauskommt, in euren Prozess mit einarbeiten. Und je mehr Schuld ihr innerlich seht, desto größer sind die Felder an euch, die ihr angehen könnt. Letzten Endes würde ich euch gerne sagen, zu einer Beziehung gehören immer zwei. Zu einer Trennung aber nur einer. Allein nicht in der Lage zu sein, weiter Energie in eure Beziehung zu stecken, ist im Grunde eine Schuld, die die Ex sich selbst auferlegen wird und die meistens unterbewusst übernommen wird, soweit sie sich auch über euch stellen will. Es ist nicht nötig, alles ernst zu nehmen, was sie sagen und wie sie letzten Endes gehen, da vieles davon nur bewirkt, dass sie ihren Schutzpanzer aufrechterhalten können und euch nicht in die Nähe ihrer Emotionen lassen. Entfernen sie sich von euch, spüren sie ebenfalls Schuld und das zu wissen sollte euch Mut machen. Je stärker die Bindung über die Zeit wachsen konnte, desto erdrückender ist die Schuld in ihren Augen. Ihr macht es ihnen mit Betteln flehen und indem ihr ihnen nach der Trennung auf den Sack geht, einfach die Wut über euch überhand nehmen zu lassen und die Schuld immer weiter zu drücken. Also macht den Fehler nicht und macht ihnen die Trennung einfach, um zu zeigen, dass ihr immer noch derjenige seid, mit dem man über solche Angelegenheiten reden kann und ihre Sicht auf euch möglicherweise nicht der Wahrheit entspricht. Man legt sich gerne ein Bild seines Gegenübers zurecht, dem man die Schuld geben kann. Benehmt ihr euch nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben, behalten sie ihren Teil der Schuld und haben direkt daran zu knabbern. Es geht ihnen dann nicht viel besser als euch. Natürlich sollten sie euch nicht bemitleiden, das wäre kontraproduktiv, aber sie sollen merken, dass sie die falsche Entscheidungen getroffen haben und da eine sehr hohe Chance bestand, das mit euch klären zu können. Macht's gut und bis zum nächsten Video.